Das Jahr des Drachen bricht an und dementsprechend sehen wir auch Collectibles, zum Beispiel von Ubisoft. Wir sehen aber auch noch weitere Comic-Drops und am Ende des Videos schauen wir uns nochmal den Omikus an, wo es in der nächsten Zeit hingehen könnte. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute, wie gesagt, wieder mit einem neuen Video. Es tut mir leid, dass die letzten Tage nichts kam. Ich war mal kurz ein bisschen im Urlaub und habe mich ein bisschen zurückgelehnt und einfach mal die Zeit genossen. Jetzt geht es aber auf jeden Fall weiter und jetzt würde ich auch gar nicht weiter rumlabern, sondern wir starten jetzt direkt rein ins Video. Und das erste Thema, was ich mit euch ansprechen möchte, ist nämlich die Video-Funktion, die jetzt auch möglich ist in Augmented Reality. Ich weiß, das Ganze ist schon auch seit einem längeren Zeitpunkt möglich. Ich glaube aber, dass es trotzdem viele bis jetzt immer noch nicht mitbekommen haben. Dementsprechend hier auf jeden Fall noch mal die Info für euch. Das Ganze ist zwar leider ein Screen-Recording, muss man sagen. Ich hoffe aber, dass in Zukunft das Ganze dann auch noch mal wirklich besser aussieht, dass man einfach einen besseren Export hat. Dann an der Datei selbst. Ich werde euch natürlich aber, was das Thema angeht, auf dem Laufenden halten. Kommen wir nun zu MCP und mit einer der letzten Drops. Denn hier war es wirklich äußerst spannend, wie viele Leute eigentlich MCP-Bidding genutzt haben. Also das MCP-Bidding bieten, um einen Drop zu bekommen. Und hier gab es eine sehr seltene Auflage. Insgesamt gab es hier einen Drop von Toki-Doki, wo der rareste ungefähr 88 Editions nur hatte. 8 hat sich selber wie wie einbehalten. Aber das war auf jeden Fall schon ein Drop, wo viele wahrscheinlich dann gesagt haben, okay, da ist die Chance, dass man das dann natürlich mit Plus verkaufen kann. Das wird extrem hoch, beziehungsweise ein scarces Collectible. Dementsprechend haben viele Leute auch viel geboten. Meinerseits übrigens auch. Ich habe insgesamt 20.000 MCP-Punkte geboten. Als ich dann erfahren habe, wie viel man hätte bieten müssen, um etwas zu bekommen, ja, beziehungsweise wenn man MCP bieten wollte, um etwas zu bekommen, dann musste man hier durchschnittlich 42.000 MCP-Punkte bieten, um hier dann auch den Access für ein Collectible zu bekommen. Natürlich ist hier die Rarity nicht mit inbegriffen. Das heißt, es ist danach im Prinzip auch komplett random. Ob man jetzt eine Secret Rambe bekommt, eine Rare, oder auch die Minza ist komplett random. Aber es ist schon mal krass zu sehen, wie viele Leute hier eigentlich geboten haben mit MCP. Das ist wirklich Wahnsinn. 42.000 MCP-Punkte sind schon auf jeden Fall eine Menge. Beispielsweise bei mir sind ungefähr 5.000 MCP-Punkte ein bisschen weniger als 10 Tage Farmen von meinen Collectibles, beziehungsweise von meinen MCP-Punkten. Also wir sprechen hier auf jeden Fall schon von einer wirklich Menge, Menge MCP-Punkte, die hier reingeflossen ist, auch teilweise von dem einen oder anderen. Und dementsprechend, ich bin super bullish, was auf jeden Fall MCP angeht. Und freue mich auf jeden Fall riesig auf Drops, wo man richtig fett mal MCP ausgeben kann. Kommen wir nun zum angesprochenen Jahr des Drachen, das ja in Asien ist. Und dementsprechend sehen wir auch von Ubisoft Collectibles zum Lunar New Year. Und das Ganze sehen wir hier einmal mit diesem Collectible. Das Ganze wird heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Das Ganze werden wir hier, ja, wie gesagt, einmal mit der Kammern bekommen. Das Ganze wird einen Listenpreis von 25 Gems haben, eine Edition von 1.688 und Priority Bidding ist hier mindestens 5.000 Points. Das Ganze ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr interessant für den erst recht asiatischen Markt. Daher im Prinzip das dort auf jeden Fall eine viel größere Bedeutung hat als jetzt bei uns mit dem Lunar New Year. Und dementsprechend, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn der asiatische Markt in diesem Jahr noch weiter geanboardet wird, das auf jeden Fall von Relevanz sein könnte. Die Betonung liegt hier aber ganz klar auf könnte. Es ist natürlich von Ubisoft dementsprechend vielleicht nochmal ein bisschen interessanter. Für mich persönlich wird das Ganze trotzdem ein Drop sein, den ich skippen werde, weil ich persönlich damit einfach sehr wenig anfangen kann. Aber dann eventuell im Aftermarket hier das ganze Collective deutlich günstiger verkauft wird und dementsprechend ich mir das Ganze vielleicht doch sogar günstiger nochmal nachkaufen kann, wenn ich mich doch dafür entscheide. Kommen wir nun zu den nächsten Comic-Jobs und der nächste Comic-Vlog wird unter anderem X-Men Gold Hashtag 30 sein. Das Ganze hier am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit einmal mit diesen Covern hier. Das Ganze ist auf jeden Fall von den Covern her interessant, für mich persönlich aber trotzdem nichts, was ich persönlich jetzt mitnehmen würde. Wir haben übrigens die Heirat zwischen Rogue und Gabbit und wir haben hier einen Listenpreis von 7 Gems und nur eine Editionzahl von 5000 Stück. Und wie man auch tatsächlich jetzt hier sieht, wir haben hier insgesamt überall auch 5000 Points, die man setzen muss vom MCP, um mindestens diesen Drop zu bekommen. Also wir sehen auf jeden Fall schon eine Tendenz in eine Richtung, wo man sagen kann, okay 5000 Points sind auf jeden Fall schon eine Menge, Menge Punkte. Und wenn man sich insgesamt mal die Sachen auf GoCollect anschaut, hier zu diesem Comic, da kommt man eigentlich relativ schnell zu dem Schluss, dass wir hier auf jeden Fall nicht von einem guten oder teuren Comic sprechen, wie ihr jetzt auch seht, hier den 9.8 Grad mal für 75 Dollar und auch die anderen Variants gehen nicht gerade für hohe Preise über den Tisch. Dementsprechend für mich persönlich auf jeden Fall an dieser Stelle ein Skip. Kommen wir nun zu USPS und die werden pünktlich zum Valentinstag auf jeden Fall auch einen Drop raushauen. Und zwar nämlich am Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit mit 9 Briefmarken und zwar Love. Und hier werden wir einmal diese Briefmarke bekommen, eine Rare. Das Ganze wird unter anderem hier einen Listenpreis von 6 Gems pro Briefmarke haben und eine Editionzahl von 1424 Stück und eine First Edition. Ansonsten haben wir hier noch eine weitere Briefmarke, auch nochmal eine Rare und diese wird auch hier eine Editionzahl von 1424 haben. Ansonsten haben wir noch eine weitere, diese wird eine Ultra Rare sein, diese wird außerdem eine Editionzahl von 1124 Stück haben. Und wir haben noch eine weitere, eine Secret Rare und diese wird eine Editionzahl von 724 Stück haben. Für mich persönlich auf jeden Fall an dieser Stelle nichts Interessantes, da wir hier einfach tatsächlich relativ viele Editions haben. Aber ich denke, das wird wieder etwas sein, was Hardcore unter dem Floorpreis landen wird. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein cooler Drop von der USPS zum Valentinstag. Kommen wir nun zum nächsten Comic und zwar Amazing Spider-Man Annual, Hashtag 21 aus dem Jahre 1964. Und wir werden hier das Ganze am Donnerstag um 15. Februar um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Das Ganze einmal mit diesen Covern hier. Also es ist schon ein etwas älteres Comic, für mich persönlich sind hier aber auch die Comics nicht allzu spannend vom Cover her. Das Ganze wird hier außerdem der Wedding auf Peter Parker und Mary Jane Watson sein, also die Heirat im Prinzip. Und wir werden hier einen Listenpreis von 7 Gems sehen und eine Editionzahl von 5000 Stück, also relativ wenig. Da muss man natürlich sagen, ist es natürlich interessant, die Heirat zwischen den beiden. Ja, wenn man sich das Ganze aber hier auf GoCollect einmal anschaut, dann kommt man doch relativ schnell zu dem Schluss, dass wir hier nicht so allzu hohe Preise haben. Nur 9.8 kamen, nur für 110 Dollar ist halt einfach nicht gerade viel. Kommen wir noch zu einem weiteren Drop. Und ja, ihr merkt, es kommen gerade jeden Tag immer wieder Drops. Und hier werden wir jetzt am Freitag, dem 16. Februar um 17.00 Uhr deutscher Zeit eine weitere Series von den neuseelischen Briefmarken sehen. Und zwar nämlich auch natürlich hier zum Year of the Dragon. Und so sehen die ganzen natürlich auch aus. Für mich persönlich deutlich interessanter tatsächlich als die von der USPS, weil die hier irgendwie mehr nach Asien aussehen, als die jetzt von der USPS. Dementsprechend für mich persönlich auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Ob ich die ganzen da mitnehmen werde, den Drop, weiß ich auch noch nicht so genau. Es ist aber für mich persönlich auf jeden Fall doch sehr viel interessanter als auf jeden Fall der USPS-Job, da ich hier durch den asiatischen Touch einmal noch ein bisschen mehr Potenzial sehe, als bei den USPS-Briefmarken. Kommen wir nun zum Omikos. Und dieser hat ja in den letzten Tagen doch ein wenig Plus gemacht, seit langem. Und wenn wir uns das in den letzten sieben Tagen mal anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall hier, wir haben auf jeden Fall einen schönen Sprung nach oben gehabt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt auch noch mal im Chart ansehen, dann bekommt man meiner Meinung nach einen wirklich sehr guten Eindruck in die aktuelle Chartlage bei Omi. Denn wir haben ja hier unser letztes Tief minimal gebrochen mit einem Candlestick und keiner vollen Candle, was erstmal sehr, sehr bullisch ist, weil wir hier auf jeden Fall den Preis ja im Prinzip nur kurz unterboten haben, dann direkt aufgekauft wurden. Und man sieht jetzt auch hier, wir sind danach relativ parabolisch nach oben gekommen. Insgesamt sind wir dann hier von ganz unten hoch bis an die 45% gepumpt in den letzten Tagen. Jetzt sehen wir gerade einen kurzen Abverkauf. Meiner Meinung nach wird es ein kurzer Abverkauf sein, bevor wir eine weitere Rallye nach oben sehen. Denn wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier in der Vergangenheit hatten wir hier diese Zone beispielsweise, ich kennzeichne die jetzt einmal noch mal mit einer anderen Farbe, diese war in Vergangenheit doch immer mal sehr relevant, so wie es wir hier sehen, wie wir es hier sehen, hier sehen oder auch hier noch weiter hinten. Beziehungsweise ja, wenn man es tatsächlich sogar so weit zieht, dann haben wir sogar hier hinten auch noch eine weitere Reaktion gehabt. Also dementsprechend auf jeden Fall ein signifikanter Bereich und das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Wir sind hier nicht weiter gekommen. Hier wurden wir auch absorbiert, absorbiert und dann haben wir es doch hoch geschafft. Also für meiner Meinung nach hier auf jeden Fall momentan eine sehr positive Entwicklung. Jetzt gilt es auf jeden Fall diesen Bereich hier auch zu halten und in den nächsten Tagen beziehungsweise in der nächsten Woche hier sich entweder mit einer positiven Candle zu halten beziehungsweise sogar hier ein neues High zu machen, auf jeden Fall über diesem hier. Sollten wir da runterbrechen und sogar vielleicht hier keinen Support finden, dann sieht es meiner Meinung nach eher negativ aus. Dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal aufpassen. Ich sehe persönlich aber auf jeden Fall tendenziell eher eine positive Entwicklung momentan des Omikros. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier helfen und ansonsten würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.